Was ist das Problem? Grundsätzlich habe ich nicht Angst vor keinem Spieler. Es sind zwei, drei, die du respektiert hast. Das peinlichste Gegengol. Das war, glaube ich, das Mal, als ich noch zeitlich gespielt habe. Vom anderen Ritual. Mein grösster Stich als Goalie war, glaube ich, im technischen Aspekt. Meine grösste Schwäche war ein bisschen hitzköpfig. Das Stanley Cup ist leicht, wenn man ihn gewinnt. Er ist einiges schwerer, als er aussieht. Ich würde nochmals auflaufen für Colorado Avalanche. Wenn ich nochmals könnte, würde ich probieren, als Feldspieler. Was man am meisten vermisst, ist das Team. Dass du mit dem Team zusammen bist und die Sache erlebst du hoch und tief. Am meisten schätze ich nicht Zeit damit. Und dann müssen wir das durch den Sommer abschenden. Das ist sicher auch ein bisschen angenehmer. Zuerst. Ja. Oh mein Sack. Ja. 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 Ja.